Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mit Ihnen nachzudenken, nicht nur über Atmosphäre, sondern über Landschaft und Landschaftsarchitektur. Aber Atmosphäre, Atmosphärisches, Landschaft, Landschaftsarchitektur, das alles hängt zusammen, aber wie, auf welche Weise? Woher kommt eigentlich dieser Begriff der Atmosphäre und weswegen ist der immer wichtiger? Weswegen sprechen wir so viel heute über Atmosphärisches, über Dinge, die uns nicht nur rational ansprechen, sondern eben auf andere Weise. Eine erste Möglichkeit, diese Aktualität von Atmosphäre zu situieren, hängt mit der Antike zusammen. Wie so vieles, das uns heute noch prägt, kommt Atmosphäre aus der Antike, 2500 Jahre oder mehr, alt. Es ist die Theorie der vier Elemente oder der vier Substanzen. Im Pädokles verdienen wir damit aber auch andere Denker. Diese Theorie, die im 17. und 18. Jahrhundert langsam verschwindet, anlässlich der neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, lebt trotzdem weiter. Und diese Theorie der vier Elemente können wir eigentlich erweitern zu fünf Elementen, denn es gibt die vier klassischen Elemente, die Sie kennen, aber dann gibt es noch das fünfte Element, die fünfte Essenz oder das fünfte Element, Äther. Und wenn wir auf dieses System blicken, das in der Antike nicht nur in der Philosophie präsent war, aber vor allem die Medizin geprägt hat, weil die Medizin war bis 17. und 18. Jahrhundert völlig beeinflusst von diesem System der vier Elemente, zu dem das fünfte kam, dann sehen wir, dass Äther und Luft beide Elemente etwas mit der Atmosphäre zu tun haben. Die Metaphysik, die Medizin, die Psychologie, viele Bereiche waren bis zum 17. und 18. Jahrhundert davon beeinflusst. Und natürlich ein solches Element, wenn wir nur eines herausgreifen, wird die Luft. Die Luft ist das Leichte, Atmosphäre eben, Atmosphärisches, Atmosphärisches, aber es ist auch das Pneuma. Und wie wir wissen, gibt es diesen Begriff der Inspiration. Und die Inspiration, die die Dichter und die Künstler generell dazu führt, dass sie etwas erfinden, dass sie etwas schaffen, ist mit der Luft, mit dem Pneuma verbunden. Das gibt ein erstes Feld, das die Künste umfasst, die Ästhetik, die Medizin, die Metaphysik. Aber sehr viel ist davon vergessen worden. Im 17. Jahrhundert verändert sich die Situation radikal. Und dieses Jahrhundert ist dasjenige der New Sciences. Zugleich entsteht ein neuer Raumbegriff. Wie wir wissen, hatten die Antiken, auch Aristoteles kannte keinen eigentlichen Raumbegriff. Und der Kosmos ist etwas, was nicht unendlich ist, sondern endlich. Und es gibt ziemlich interessante Probleme der antiken Philosophie, die sich dann bis ins Mittelalter und bis zur Renaissance fortwirken, anlässlich dieses Raumbegriffs oder des Raums, der fehlt. Der moderne Raumbegriff ist der leere Raum. Das ist der mathematische Raum, der geometrische Raum. und Figuren wie Galilei oder Descartes, den wir zuvor gesehen haben, aber auch Pascal, sind verbunden mit einer Revolution, die Revolution des neuen Raumbegriffs. Giordano Bruno zum Beispiel in einem berühmten Denkexperiment, das ihm auf seine Weise das Leben gekostet hat. Sie wissen ja, er ist 1600 auf einem sehr schönen Platz im Zentrum von Rom, Campo di Fiori, öffentlich verbrannt worden. Und Giordano Bruno sagte, der Raum ist unendlich. Und wenn wir hinter die letzte Sphäre gehen und eigentlich die siebte Sphäre durchschreiten könnten mit einer Lanze oder mit unserem Kopf, dann würden wir den unendlichen Raum entdecken. Und das heißt, es gibt einen unendlichen Raum, es gibt einen leeren Raum und es gibt einen Raum, den wir messen können. Und das hat natürlich viele Auswirkungen gehabt in der Architektur, auch mit diesem neuen Raumbegriff zum Beispiel die Weise, in der die Städte, ideale Städte, wie hier in der Renaissance, entworfen worden sind. Der moderne Raumbegriff, der mathematische und geometrische Raumbegriff ist rational, er ist messbar. Es ist aber zugleich ein Raum, man könnte sagen, ohne Atmosphäre. Es ist ein abstrakter Raum. Es ist ein Raum ohne Richtung und ohne Sinn, wo links und rechts, oben und unten, vorne und hinten, keinen absoluten Sinn mehr haben, denn dieser Raum ist eben ein unendlicher, abstrakter Raum. Und man kann sehen, dass im 17. Jahrhundert diese Entdeckung des neuen Raums zugleich eine Rationalisierung bewirkte, aber andererseits gab es auch dieses Gefühl, sich plötzlich ganz verloren zu fühlen in einem Raum, der unfassbar ist. Pascal, der ja gleichzeitig einer der großen Mathematiker und Wissenschaftler ist, aber zugleich ein Philosoph, einer der wichtigsten Philosophen des 17. Jahrhunderts, drückt dies aus in diesem berühmten Satz, Le Silence Eternel, d'un espace infini, mais frais, der neue Raumregriff ist so weit, dass wir Menschen unseren Platz verlieren. Wir wissen nicht mehr, wo wir hingehören. Es gibt keine Orientierung mehr. All dies beginnt eigentlich etwas früher, im Februar 1425, mit dem berühmten Experiment von Brunelleschi. Brunelleschi, der ja nicht nur ein Architekt ist, dem wir die berühmte Kuppel in Florenz verdanken, sondern auch ein Bildhauer, auch ein Mensch, der mit seinen Händen umgeht, ein Erfinder. Und Brunelleschi macht dieses berühmte Experiment im Frühjahr 1425, wo er demonstriert, öffentlich demonstriert, wie der moderne Raum funktioniert. Er findet eine Möglichkeit, die drei Dimensionen des Raums auf zwei zu übertragen. Etwas, was Alberti einige zehn Jahre später ausdrücken wird, wenn er sagt, der Maler hat eine Funktion, Malerei ist die Umsetzung der drei Dimensionen in zwei Dimensionen, ist eine Art der Übersetzung und der gute Maler funktioniert, indem das gute Gemälde funktioniert, indem es eine Art Fenster ist, Finestra aperta, eine Fenster auf die Welt. Und Brunelleschi demonstriert das mit einem rationalen Verfahren, über das viel gerätselt worden ist, auf Internet und in vielen Büchern finden Sie Rekonstruktionsversuche dieser öffentlichen Demonstration. Was wichtig ist, ist, dass Brunelleschi eben auch mit dem rationalen Raumbegriff umgeht. Wir können Raum messen, wir können Räume planen. Es ist hier eigentlich schon so etwas wie die Geburtsstunde des modernen Entwurfsbegriffs. Das ist der Mensch der Renaissance, der Dinge tun kann, planen, errichten. Aber gleichzeitig bewirkt das natürlich, und wir wissen auch, diesen Verlust der Mitte, den wir auch bei Giordano Bruno sahen. Das heißt, wir sind plötzlich frei, Dinge zu tun, aber zugleich auch verloren in einem Universum, das immer größer wird. Die Methode, die von Brunelleschi gelehrt worden ist und die Italiener Velo oder Reticolato auch nennen, das heißt, die Möglichkeit, eine Art Quadrat, Grid, auf die Wirklichkeit zu übertragen, wird von vielen Künstlern aufgegriffen, zum Beispiel von Dürer in seiner Unterweisung 1525, wo wir sehen, dass der Künstler, aber eigentlich der moderne Mensch der Renaissance fähig ist, alles, jedes mögliche Ding, jedes mögliche Objekt zu übersetzen. Das ist Kunst, aber es ist auch gleichzeitig Wissenschaft. Es ist Messung. Es heißt, die Welt ist jetzt rational geworden, ein Objekt, das wir beherrschen. Ein Objekt, das wir mit unseren Augen beherrschen. Hier beginnt der Siegeszug einer Form des rationalen Sehens, der Kontrolle der Welt, des Blicks von oben nach unten oder des Blicks in die Ferne oder des Blicks in einer Art vis-à-vis, in einer Relation zwischen dem modernen Subjekt, das sieht, das die Welt kontrolliert, die Welt darstellen kann und all das geschieht unter dem Aspekt der Immobilität. Der Zeichner, der Künstler, der Zuschauer steht still, sitzt und die Realität ist auch gleichzeitig etwas, das nicht dynamisch ist und diese Kontrolle von zwei Polen, die sich gegenüberstehen und die Möglichkeit, sie rational zu kontrollieren, wird eine lange Geschichte haben. Im 17. und 18. Jahrhundert werden diese Geräte, die auf Brunelleschi zurückgehen, auf Alberti und auf andere, werden verwendet, um die Dinge zu fassen, um sie zu erfassen. Es ist immer der rationale Raumbegriff, die Möglichkeit optischer Kontrolle und von Brunelleschi bis zu unseren iPhones oder den Computern ist ja eigentlich nur ein Schritt. Es ist immer die gleiche rationale Möglichkeit, mit Raum umzugehen. Die ersten Kameras, Fernsehkameras sehen eigentlich nicht zufällig genauso quadratisch oder rechtdäckig aus wie Brunelleschi's Apparate. Das heißt, wir haben hier, es gibt hier eine Geschichte des Sehens, die natürlich auch sehr viele Implikationen hat, was Landschaft angeht und auch was Landschaftsarchitektur angeht. Und all das ist nicht atmosphärisch, sondern es ist verbunden mit der Abwesenheit von Atmosphäre. Heutzutage sprechen wir viel von Atmosphäre. Wir könnten auch das Wort Stimmung zum Teil als Synonym verwenden. Woher kommt dieser Begriff? Weswegen ist er im 20. Jahrhundert vor allem wichtig geworden? Einer der ersten Väter und einer der ersten Quellen ist Georg Simmel. Hier ein kurzes Zitat aus einem berühmten Artikel Philosophie der Landschaft, einem wirklichen Artikel, wichtigen Artikel. Viele Leute, die mit Landschaftstheorie zu tun haben, kommen auf diesen kurzen Text von Simmel zurück, in dem wirklich schon Wesentliches steht. Und hier sehen wir, dass Landschaft eben etwas Stimmungsmäßiges ist. Etwas, weil ein Stimmungsmäßiges für sich sein würde Landschaft charakterisieren. Das heißt, Landschaft ist nicht das Rationale, nicht das Alltägliche, sondern es ist etwas, was mit uns zu tun hat, mit Subjekten, mit dem Ich, das Landschaft generiert. Eine andere Persönlichkeit und ein anderer Denker, dem wir diese Aktualität des Atmosphärischen verdranken, ist Martin Heidegger. Ich zeige bewusst dieses Foto, wo auch Atmosphärisches mit zum Ausdruck kommt, Heidegger, Totenauberg, die ganze Stilisierer, diese stilisierte Figur des Philosophen mit seiner heimatlichen und natürlichen Atmosphäre. Vielleicht ist das alles Theater, wahrscheinlich. Aber Heidegger ist einer der Philosophen, der, indem er in seiner Zeit Befindlichkeit thematisiert hat, eigentlich schon den Wegzeit, wie man vom abstrakten Subjektbegriff wegkommt. Der moderne Subjektbegriff kommt von Descartes, seinem Discours de la méthode. Es ist ein denkendes Wesen, abstrakt, leer, rational, mathematisch. Und Heidegger in seinem revolutionären Buch Sein und Zeit korrigiert die Geschichte der Philosophie und will, dass wir umdenken. und Kategorien wie Befindlichkeit werden dann sehr, sehr wichtig bei ihm, aber auch Stimmung und das hat natürlich die meisten Denker, die mit Atmosphäre zu tun haben, beeinflusst. Ein anderer wichtiger Ausgangspunkt ist Walter Benjamin. Walter Benjamin interessanterweise in dem berühmten Buch zum Kunstwerk, das heißt zur technischen Reproduzierbarkeit der Kunstwerke und Benjamin kritisiert bekannterweise den Verlust der Aura. Für Benjamin ist die Moderne, vor allem das 20. Jahrhundert, dadurch gezähntzeichnet, dass die Aura der Dinge verloren geht. Die Aura geht verloren, weil Dinge eben reproduziert werden könnten, während in der Vergangenheit waren Kunstwerke auratisch, sie strahlten gewissermaßen etwas aus und die Moderne durch die Möglichkeit technisch, industriell Dinge zu reproduzieren, ist durch diesen Verlust der Aura gekennzeichnet. Aber indem Benjamin über Aura nachdenkt, hat er diesen Begriff, diesen eigentlich anachronistischen Begriff, denn er stand vor allem aus der byzantinischen Malerei, eine neue Karriere verschaffen und es gibt dieses berühmte Zitat, von dem immer wieder nur der erste Teil zitiert wird, einmalige Erscheinung einer Ferne, so nahe sie sein mag, aber wir sehen, dass zugleich Benjamin interessanterweise über Landschaften spricht. Übrigens ist einer der seltenen Zitate, wo er über Landschaft spricht, Benjamin, der von Baudelaire beeinflusst ist, ist jemand, der nicht sehr nah, für den die Natur und die Landschaft eigentlich eher fremd sind, er ist ein typischer Stadtmensch und auch in seinen Reflexionen und in seiner Philosophie, aber hier sehen wir sofort, wenn er über Aura nachdenkt, da kommen Dinge in den Blick, wie ein Sommermittag, ein Gebirgszug, Horizont, das heißt eben Landschaft und wir sehen das bei Benjamin, aber auch, man könnte es zeigen, bei Heidegger, die Landschaft und die Atmosphäre und die Stimmung zusammenhängen. Wir haben schon, Gernot Böhme ist schon erwähnt worden, ist ein deutscher Philosoph, der sich seit zwei Jahrzehnten mit Atmosphäre beschäftigt, es sind mehrere Bücher von ihm erschienen, zur Atmosphäre, es ist sicherlich der wichtigste Theoretiker, was unseren Begriff angeht. Er ist selbst beeinflusst von Hermann Schmitz, einem gleichfalls deutschen Philosophen, der sich viel mit Atmosphäre beschäftigt hat, mit gewissen Schmitz ist ein Theoretiker, der vor allem von der Leibphilosophie beeinflusst ist und Sie sehen, wie in diesem Zitat, wie er vom Leibbegriff ausgehend versucht, das Subjekt, das ich, ganz neu zu definieren. Das ist einer der wesentlichen Bücher von Hermann Schmitz, also für all die, die noch etwas nachlesen wollen auch und sich näher beschäftigen wollen mit Atmosphären und das ist einer der letzten Bücher von Gernot Böhme, letztes Jahr erschienen, Essays zur neuen Ästhetik, wo Böhme davon ausgeht, dass wir regelrecht eine neue Ästhetik gründen könnten, ausgehend vom Begriff der Atmosphäre. Um Atmosphäre zu situieren, müssen wir einige Worte verlieren, zur Ästhetik. Ästhetik ist im 18. Jahrhundert erfunden worden, es ist ein neuer Begriff, Baumgartensbuch 1750 ist das erste Werk, das mit Ästhetik zu tun hat, Baumgartenherder und andere zögerten, ob sie die neue Wissenschaft Ästhetik nennen oder Kalistik, aber letztlich hat sich Ästhetik durchgesetzt und Ästhetik ist sinnliche Wahrnehmung, während Kalistik, Kalos wäre das Schöne, Ästhetik ist gleichzeitig die Wissenschaft des Schönen, die Wissenschaft der Kunst und die Wissenschaft der sinnlichen Wahrnehmung. Ästhetik wird sich vom 18. Jahrhundert an massiv entwickeln, bis zum heutigen Tage. Was aber wesentlich ist von unserer Reflexion zur Atmosphäre, ist, dass Ästhetik vom 18. Jahrhundert an eigentlich ein Ästhetik des Kunstwerks ist. Mit Werk, das unterstrichen wird, das heißt, es sind Dinge. Es gibt eine Materialität des Ästhetischen. Ästhetik ist mit Gemälden verbunden, auch mit Tönen, wie wir hören, auch mit, immer mit Dingen, es materialisiert sich und das Museum ist einer dieser Orte, wo das Ästhetische, also wo ästhetische Gegenstände begegnet werden oder wo Gegenstände begegnet werden, die als ästhetisch empfunden werden. Die Immaterialität ist entscheidend. Im 18. Jahrhundert weiß man noch nicht, wie man das alles erklären soll. Es gibt eine berühmte Formel der Franzosen, sie nennen das das Je ne sais quoi, ich weiß nicht was. Das heißt, wenn ich von einem Kunstwerk betroffen werde, dann fühle ich etwas sehr Starkes, etwas geschieht in mir, aber ich kann es nicht erklären. Und die Ästhetik ist eigentlich die Wissenschaft, die versucht, Erklärungen zu finden, die mit der Subjektivität zu tun haben, mit dem Subjekt. Und während des 18. und 19. Jahrhunderts ist Ästhetik eben eine Ding-Ästhetik. Eine Ästhetik, wo schon durchaus Platz für Atmosphärisches wäre, aber das Atmosphärische wird eigentlich unterdrückt. Es geht immer um Dinge, um Materielles und wir könnten eigentlich sagen, dass Hegels berühmte Ästhetik, der das absolute Gegenteil einer Ästhetik der Atmosphäre ist. Wie wir wissen, ist bei Hegel Ästhetik Kunstgeschichte. Es gibt eine Logik, es gibt einen Geist, der dazu führt, dass die Kunstgeschichte von Mesopotamien und den alten Ägyptern bis zur Landart oder bis zur Gegenwart führt. Es gibt eine Entwicklung. Jedes Kunstwerk hat seinen Platz in einer Art Timeline und hier gibt es natürlich keinen Platz für Atmosphärisches, für Subjektives. Das Subjektive, das Atmosphärische wäre eine Art Lärm, aber wenn wir uns wirklich konzentrieren und Dinge beurteilen wollen, dann müssen wir auf Atmosphärisches verzichten, wir müssen rational sein, wir sehen auch hier, wie die Tradition eines rationalen Umgangs in den Wissenschaften, in den Künsten zusammenkommt mit der Philosophie. All dies wird sich verändern mit der Kunst des 20. Jahrhunderts. In der Kunst des 20. Jahrhunderts wird sich das verändern, weil wegweisende Künstler das Atmosphärische plötzlich dem atmosphärischen Platz lassen. Dieser erste Künstler, den man erwähnen kann, Sie erkennen Marcel Duchamp, das Foto ist auch nicht unschuldig, es ist nicht wie Heidegger in seiner dörflichen Naturatmosphäre, sondern hier sehen wir den modernen Künstler und Duchamp wird sich sowohl in seiner Kunst als auch in seiner Selbstdarstellung wird er an die Stelle der Identität die Differenz setzen und in seinen berühmten Kunstwerken sehen wir, dass plötzlich Atmosphäre wichtig wird. Gewisse Gegenstände zum Beispiel dieses hier kann zu einem Kunstwerk werden, weil das Museum es auratisiert. Das Museum ist eine Art Dispositiv, eine Art Maschine, die jedes mögliche Ding verbandeln kann in ein Kunstwerk, weil es zum Teil Atmosphäre produziert, aber auch weil die Menschen, die in diesen Museen herumgehen, mit dazu beitragen, dieses Atmosphärische mitzuteilen. Duchamp hat auch Alltagsaktionen, zum Beispiel wenn er Schach spielte, gleichzeitig als Kunstwerke erklärt. Das war für ihn genauso ein Kunstwerk wie die berühmte Fontaine, die wir zuvor gesehen haben. Und diese Kritik des traditionellen dingorientierten Kunstbegriffs wird noch radikalisiert durch Yves Klein in seinen berühmten Aktionen. Yves Klein bat Sammler Gold zu kaufen und 20 Gramm oder 120 Gramm Gold und diese Goldmengen wurden entweder in den Fluss, in die Seine geworfen oder vom Künstler behalten und es gab die Atmosphäre der alchemischen Umwandlung des Goldes in Kunst und dafür erhielten eben die Sammler eine Art Scheck und in diesem Scheck wurde ihnen eine Sonde de Sensibilité Pictorial Immateriell hier wird das Immaterielle eben das Atmosphärische ausgedrückt auf paradoxe Weise in einem Scheck und Atmosphärisches finden wir dann auch in seinen Aktionen Yves Klein ist nur einer der vielen Künstler in den 50er und 60er Jahren die eben Happenings erfinden wo wir sehen dass er auf den Pinsel verzichtet der moderne Künstler braucht keinen Pinsel keine Instrumente mehr sondern er verwendet zum Beispiel hier die Körper von Frauen die mit dem berühmten Blau von Yves Klein die Bilder schaffen zu den neuen Kunstwerken werden und in dieser berühmten Photomontage von Yves Klein sehen wir auch dass er sich selbst als Künstler sieht in einer neuen Situation wo der moderne Künstler irgendwie Ort los wird wo ist der Platz des Künstlers was tut er ist das noch rational zugänglich viele Fragen die eine Art solche Kunst provozieren in der Documenta werden die österreichischen Architekten aus Rucker und Co. zum Beispiel auf solche Dinge zurückkommen wo wir auch sehen dass hier sogar der Begriff der Atmosphäre der Luft plötzlich wieder sehr zentral wird auch indem sich der moderne Künstler sozusagen in Gefahr setzt auch seinen eigenen Körper ausstellt und man könnte viele andere Beispiele zeigen vor allem Happening das ist Jim Dine der einen Autounfall hatte und dieser Autounfall wurde der inszeniert gleichzeitig als eine Art Selbsttherapie und hier ist die Atmosphäre des Happenings natürlich das Wichtigste es geht nicht mehr um Materialität es geht nicht mehr um Bilder die auf ewige Zeit in unsere Museen kommen sondern um etwas was mitgeteilt wird miterlebt wird theatralisch momentan ephemär auch eben sehr sehr starke Gefühle bewirkend und das kennen Sie bestimmt nicht Olaf Orelia Sson Tate Modern eine sehr sehr wichtige Aktion vielleicht war das Elias noch nicht einmal so klar als er diese Aktion dort erfunden hat denn hier sehen wir dass die Zuschauer selbst zu den Agenten der Atmosphäre und des Atmosphärischen werden wir alle Beuys sagte einmal jeder Mensch ist ein Künstler und Andy Warhol hat ja auch ähnliches gesagt dass jeder Mensch 15 Minuten Berühmtheit hätte heute und hier sehen wir dass wir alle als Zuschauer tragen dazu bei dass das Museum überhaupt existiert und unser Dasein das heißt die Tatsache dass wir da sind in diesem Ort zu diesem Moment macht das Kunstwerk zu dem was es ist und das alles hat mit Atmosphäre zu tun und Atmosphäre auch hier kommen eigentlich die vier Elemente zurück die Sonne aber auch die Luft und wir sind in keinem neutralen Raum das hat mit dem Erhabenen zu tun denn wir sind in einem ehemaligen Kraftwerk übrigens ein sehr schönes Gebäude auch vor der Restrukturierung durch Herzog de Meuron und in diesem alten Saal wo es um Elektrizität geht und um Energie Sie sehen auch andere Beispiele berühmter Kraftwerke in London wo wir sehen dass die Architektur der Elektrizität im 20. Jahrhundert zu einer Architektur des Erhabenen wird und diese Architektur des Erhabenen hat Eliasson ausgenutzt und es ist auch voller Zitate wenn wir wenn man da war in dieser Halle eigentlich ist man ja gar nicht noch in Tate Modern man ist in einer Art Vorhalle aber alle Leute dreigten sich dorthin und saßen dort und man partizipierte an einer Atmosphäre die kollektiv war aber zugleich auch Quazitat und Intertextualität an der Geschichte der Kunst das ist Impression Soleil Levin das berühmte Gemälde von Monet das überhaupt zum Impressionismus geführt hat weil Impressionismus ist mit diesem Bild verbunden worden das zum ersten Mal in einem Fotoatelier gezeigt worden ist aber man könnte auch an Caspar David Friedrich denken das heißt wir sehen dass diese moderne Aktion die Eliasson inszeniert hat im Tate Modern und die so viel mit Atmosphäre zu tun hat eigentlich auch romantische Reminiscenzen hat wie hier Caspar David Friedrich wahrscheinlich seine Frau Caroline Bommer die morgens die Sonne grüßt das heißt und hier ist so etwas wie das ist wirklich Signatur des Atmosphärischen auf welche Weise werden wir werden wir beeinflusst sind wir der ausgesetzt sowohl kollektiv als auch individuell diesen neuen Atmosphäre natürlich von ich habe vor allem Beispiele aus der Kunst gezeigt aus der Kunstszene aus der bildenden Kunst aber man könnte auch an die Musik denken zum Beispiel an Bayreuth geht es eigentlich nicht im Gesamtkunstwerk wie Wagner es sich vorstellte und in diesen Momenten die bis zum heutigen Tag sehr wichtig sind im Festspielhaus in Bayreuth geht es nicht eigentlich mehr um Atmosphäre und nicht um und und nicht nur um Musik und nicht nur um Inhalte und man könnte hier eine Semiotik des Festspielhauses vorstellen und zeigen wie einerseits das Atmosphärische extrem wichtig ist zusammen zu sein kollektiv an etwas zu partizipieren aber gleichzeitig auch die das Diktat der des Rationalen und des Sehens trotzdem noch vorhanden ist das Festspielhaus ist ein Theater und es ist ein Ort wo man sich gegenüber sitzt und es ist eine Art Fernseher es ist ja auch eine Art Bildschirm und dieser Bildschirm wird ja auch benutzt und so ist die Kunst gleichzeitig rational gleichzeitig von der Sicht geregelt aber dann gibt es auch das Irrationale das wichtig wird und man könnte sich fragen wo ist Atmosphärisches wichtiger in Bayreuth im Festspielhaus oder in einem modernen Kino in Kalifornien in den 60er 70er Jahren hier geht es ja auch um Atmosphärisches man schaut einen Film an die Hormone sind glücklich alles bewegt sich zu bewegen in diesen Kinos in diesen Autokinos und hier geht es um Atmosphären und Film ist ja ganz massiv hat mit Atmosphären mit Gefühlen zu tun mit dem Emotionalen es ist ja die Kunstform die das Emotionale am meisten einerseits das Atmosphärische andererseits das Rationale ist Jacques Dati in seinem wunderbaren Film Playtime und im Playtime sehen wir eben die modernen Mittel der Darstellung Fernseher und jeder sitzt in seinem modernen Raum modernen rationalen Raum Tati empfindet das ja als völlig unlebbar moderne heißt keine Atmosphäre Abwesenheit von Atmosphäre und trotzdem geschieht etwas und das sind die berühmten Bilder die uns Tati in Playtime zeigt von der modernen Architektur und vom modernen Städtebau moderne Räume ohne Atmosphäre die moderne das sind Container und der Container ist eigentlich eine Art Signatur der Moderne ist ein rationaler Raum ohne Atmosphäre ohne Stimmung aber unendlich multiplizierbar und in dem Playtime Playtime spricht von Paris wir sehen nie Paris es gibt nie die Atmosphäre von Paris es gibt keine Gerüche auch nicht indirekt natürlich mit visuellen Mitteln wir sind in der modernen Stadt die völlig ohne Atmosphäre auskommt und eines der stärksten Bilder und Szenen von Playtime ist dieses wo die Moderne ein Karussell ist das heißt eine Maschine wo wir uns alle im Kreis herumdrehen sinnlos ohne Richtung das ist eine radikale Kritik der Moderne all diese Dinge Kunst des 20. Jahrhunderts Duchamp aber auch Benjamin Heidegger Georg Simmel und vieles andere kommt eigentlich von Friedrich Nietzsche Nietzsche ist der Philosoph der wirklich am Anfang einer radikalen Kritik des Subjekts steht und den Leibbegriff thematisiert hat im Mittelpunkt jeder Philosophie der Atmosphäre steckt der Leibbegriff was ist der Leib der Leib ist all das was hinzukommt zum Rationalen zum Gehirn zum Bewusstsein zur Kontrolle wir sind sicherlich selbstbewusst wir sind rationale Wesen wir sind vor allem von der Sicht kontrolliert aber wir sind zugleich wie wir im Zarathustra lesen können oder in anderen Werken von Nietzsche wir sind zugleich ein Leib das heißt wir sind mehr als nur Rationalität Bewusstsein Selbstbewusstsein wir sind immer mehr und Nietzsche ist einer der Philosophen der uns zeigt dass es einerseits eine Tradition gibt des kartesianischen europäischen Subjekts des modernen Subjekts dieses Subjekt ist das Subjekt das die Welt beherrscht in Architektur Landschaftsarchitektur Raumplanung das ist alles was mit Planung zu tun hat das ist die gebaute Welt Container das ist die Welt der Produktion auch all das was wir unseren Studenten beibringen Statik Kontrolle Mathematik Geometrie aber andererseits gibt es etwas eben das mit Atmosphäre zu tun hat es gibt den Leib es gibt den menschlichen Leib und wenn wir die Welt erfahren wollen und nicht nur aus der Distanz her erkennen möchten dann müssen wir wie eine Art moderner heiliger Thomas müssen wir die Welt berühren wir müssen die Dinge nicht nur mit dem einen Sinn kennen mit der Sicht mit unseren Augen sondern wir müssen die Container hinter uns lassen und die Welt berühren wir müssen den Wind spüren wir müssen die Materialität spüren und das heißt es genügt nicht die Realität nur rational von Brunelleschi aus zu konstruieren wie wir es vom 15. Jahrhundert aus gelernt haben sondern wir müssen lernen mit dem Leib zu planen es gibt zwei Film Regisseure die mir sofort eingefallen sind die man wirklich in einem sehr schönen Gegensatz zeigen könnte einerseits die rationale Welt des Raumes der Selbstkontrolle des Selbstbewusstseins die Tradition die bis auf Descartes zurückgeht ohne Atmosphäre das Nicht-Atmosphärische und andererseits das Atmosphärische für das Nicht-Atmosphärische das Rationale könnte man an das berühmte Koyani-Skazi denken diesen Collage-Film eines amerikanischen Künstlers wo wir sehen wie die modernen Städte wirklich völlig von der Hand des Menschen gezeichnet werden die Geometrie setzt sich hier durch die Kontrolle das ist eben das Raster das ist wirklich die gebaute Welt die dann auch in der Erfindung des Containers einen Höhepunkt findet das ist wirklich der rationale Raum der auf seine Weise dann seine Auswirkungen hat in vielen Bereichen die mit Planung zu tun haben das ist Koyani-Skazi eine Szene und dieser berühmte Film eine Art Collage dieses amerikanischen Künstlers wo wir sehen wie unsere Städte funktionieren was in ihnen geschieht und dem könnten wir einen Film von Belatan T-A-R-R entgegensetzen wo sofort es nur um Atmosphärisches geht das heißt wo wir sehen dass der Leib der Mensch als Leib als empfindliches Wesen präsent wird was können wir damit im Bereich von Architektur und Landschaftsarchitektur tun können wir können wir von diesem Leibbegriff ausgehend der bei Nietzsche wichtig wird bei Simmel bei Benjamin und auch bei Gernot Böhme das heißt dass wir sagen wir sind nicht nur rationale Wesen wir sind auch Wesen mit die Leibhaft total die Welt erfassen können wir anders planen was können wir tun auf welche Weise können wir unsere Praxis entgrenzen können wir ein sozusagen neue Paradigmen in die Landschaftsarchitektur und auch in die Architektur hineinführen eine erste Idee die sofort in den Sinn kommt ist die Tatsache dass Architektur gegenwärtig sehr viel mit Landschaft zu tun hat natürlich gibt es nach wie vor den Gegensatz zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur auch in der Praxis aber interessante architektonische Werke werden immer landschaftlicher das ist Toyo Ito zum Beispiel Green Green Park und hier sehen wir dass die Architektur das Gebaute das Rationale das seine Funktion hat eben nicht nur Funktion ist sondern sich zugleich in Landschaft verwandelt und wenn ein Bau in Land zur Landschaft wird dann heißt das dass er mit dem menschlichen Körper rechnet und der menschliche Körper ist eben immer wir das heißt jemand der einen Raum durchquert und für den jemand der nicht abstrakt ist der nicht in Container leben möchte sondern für den die Welt jederzeit von diesem Punkt hier jetzt ich ausgehend sich gibt und in diesem interessanten Werk sehen wir was ist das ist das Architektur ist das Architektur und Landschaftsarchitektur es ist ein hybrides Werk aber wo gerade der menschliche Leib und die leibhaften Funktion nicht nur die Sicht sondern die anderen Sinne mit berücksichtigt werden und ähnliches kann man in der sehr viel näher zu uns erleben wenn man nach Lausanne geht in den berühmten Bau von Sana in der EPFL eigentlich ein erstaunliches ein ziemlich erstaunlicher Bau die EPFL hat sich wie ein Prinz des 13. Jahrhunderts erlaubt einen Bau zu kreieren der überhaupt keinen Sinn hat ich meine es gibt eine kleine Bibliothek ein Restaurant und außerdem nur Studenten die herumliegen und eigentlich hat es ein sinnloser Raum aber dieser sinnlose Raum gibt der EPFL den Sinn und wie ein Prinz der Renaissance und die Prinzen der Renaissance hatten diesen Begriff der Sprezzatura das heißt ich kann mir alles erlauben hat sich die EPFL diesen Bau erlaubt der sehr teuer war Rolex Center und und es ist interessant weil dort wird die Architektur zur Landschaft das heißt man muss herumgehen und es gibt eben Atmosphären und das ist ein Bau der symbolisch ganz und total mit Atmosphären zu tun hat die Funktion ist zweit- oder drittrangig das atmosphärische ist das entscheidende und das atmosphärische heißt es ein Raum den Körper entdecken können jeder individuell aber auch kollektiv morgens und nachmittags und nachts dieser Raum ist fast immer offen und wir sehen dass die Architekten angefangen haben diese Dinge ernst zu nehmen auch Snowheta zum Beispiel in ihrem Projekt für Ras al-Kaima dieser neuen Hauptstadt der Arabischen Emirate wo die Architektur plötzlich etwas anderes wird Architektur ist nicht nur das Rationale sondern es wird etwas ganz anderes was tut die Landschaftsarchitektur was kann sie tun wie kann sie damit umgehen ich komme fast zum Schluss ist es okay natürlich wissen wir nicht genau was Landschaftsarchitektur ist es ist nicht leicht zu sagen was Landschaftsarchitektur ist ich mache so ein Spielchen ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren auch durch die Landschaftsarchitekturausstellung zur Schweizer Landschaftsarchitektur vielleicht 60 Landschaftsarchitekturschulen in der ganzen Welt besucht und ich mache gerne ein Spielchen mit meinen Kollegen und sage immer nennt mir zehn entscheidende Werke in Landschaftsarchitektur die meisten kommen höchstens auf drei und das ist schon nicht schlecht also es ist wirklich schwierig das heißt wir haben eine Disziplin wo es gar nicht leicht ist zu sagen was ist der Korpus was ist eigentlich was sind unsere Highlights egal ob das auch subjektiv ist aber es ist sehr sehr schwer und deswegen auch wenn man über Landschaftsarchitektur nachdenkt und sagt gibt es Beispiele die sofort mit dem Atmosphärischen zu tun haben oder gibt es wie gehen wir damit um es ist schwierig einen Korpus zu nennen und ich glaube das ist ein Thema das wir auch ernst nehmen müssen in der Schule aber auch in der Forschung und überhaupt was ist die Geschichte der Landschaftsarchitektur was ist die eigentliche Theorie der Landschaftsarchitektur aber natürlich kommen einem Dinge in den Sinn wie der wunderbare Garten von Karl Theodor Sörensen und hier gibt es bestimmt eine fantastische Atmosphäre aber das ist ja auch das Problem der Darstellung von Landschaftsarchitektur wenn ich von Atmosphäre spreche dann kann das ein Postulat sein ich kann sagen dieser Ort oder dieses Werk hat diese wunderbare Atmosphäre aber ich kann sie nicht darstellen die Fotografie ist eben das Gegenteil das ist das Rationale das ist der Plan aber um Atmosphäre nachzuweisen müsste ich dort spazieren gehen müssten sie dort herumgehen können das heißt ich kann es nur postulieren ich kann sagen so ein Werk hat etwas zu tun mit Atmosphäre und mit Atmosphärischen weil es gerade nicht nur mit dem Primat der sich zu tun hat weil es Dinge privilegiert die erneut mit dem Leib zu tun haben aber Atmosphärisches ist nicht nur in Werken der Landschaftsarchitektur und der Architektur präsent sondern immer mehr auch mit unserem Alltag das wäre ein anderes Thema das sehr interessant ist ein Subthema das heißt unser Alltag was wir auch Lifestyle nennen wird ästhetisiert die Ästhetisierung aller Aspekte unseres Lebens und wenn man heute in London herumgeht London ist ein ziemlich interessantes und auch besorgniserregendes Beispiel weil London wird eine dieser Städte die es in den nächsten Jahrzehnten geben wird leider würde ich sagen die nur für reiche Saar sind und nur für die Superreichen und London wird immer schöner aber es ist auf sehr elegant englische Weise wird einem zu verstehen gegeben dass nur die Superreichen Platz haben und alles wird verwandelt und das ist eine Toilette die plötzlich zu einem modernen Wohnraum wird zu einer Galerie und all das was mit Design zu tun hat zum Beispiel in London hat mit diesem Begriff der Atmosphäre zu tun alles ist ästhetisiert jeder Raum wird zur Szene wo sich die moderne Befindlichkeit oder die Happy Few die in London herumgehen und leben können sich wohlfühlen das heißt wir sehen dass diese Ästhetisierung wirklich alle Bereiche des Lebens angeht vor allem alles auch was mit dem Essen zu tun hat und vielleicht die zwei Beispiele die ich am wichtigsten finde und mit denen ich zum Ende dieser kurzen Diskussion des Atmosphärischen komme sind zwei Beispiele die Sie kennen die mir aber gerade im Zusammenhang dieser Reflexion interessant erscheinen es ist einerseits die Promenade Planté in Paris und andererseits die Highline sind zwei Beispiele die Sie alle kennen die Promenade Planté und die Highline die Highline kennen alle manche wissen nicht dass die Highline eine Umsetzung der Promenade Planté ist und diese Umsetzung hat selbst Geschichte denn New York und Paris waren immer in einem dialektischen Verhältnis Olmsted hat Central Park erfunden nachdem er Paris mit Chomont besucht hat es gab immer ein Hin und Her zwischen Paris und New York und das gab es auch in der Promenade Planté und in der Highline weswegen ist das ein Paradigma nicht nur für neue Landschaftsarchitektur das heißt für etwas Wichtiges was in der Landschaftsarchitektur geschieht sondern auch für Atmosphärisches für Atmosphäre zunächst einmal die Promenade Planté und die Highline sind eine Strecke eine Wegstrecke 4,7 Kilometer zum Beispiel in Paris und das heißt was wird da ausgedrückt die Unmöglichkeit der Totalität das heißt die Unmöglichkeit dieses Projekt dieses Werk mit einem einzigen Blick zu erfassen es gibt keine Allsicht mehr diejenigen des Plans sondern um die Promenade Planté zu erleben muss man spazieren gehen man muss gehen man muss mit dem Körper diese Realität entdecken das heißt der Plan nützt zu nichts weil man diesen Raum wirklich erfahren muss gleichzeitig geht es also um gehen um stehen und um Sitzbänke um Möglichkeiten auch mit der Zeit anders umzugehen das gleiche passiert übrigens mit der Highline und diese beiden Werke sind ja auch eine Art Dialog wir sehen das die Rationalität der ersten der Infrastrukturen die Infrastrukturen haben ja unsere modernen Städte gekennzeichnet Paris ist ja erfunden worden das moderne Paris ist von Haussmann erfunden worden ist gezeichnet und erfunden worden und rationalisiert damit man neue Bahnhöfe baut und von diesen Bahnhöfen neue Boulevards die auf der kürzesten Strecke möglich vom Boulevard zu den großen Magazins führen und jeden Tag kamen Hunderttausende von Personen aus der Provinz um vom Bahnhof zu den Grands Magasins zu gehen und diese Geschichte der Infrastruktur die unsere Strecke gekennzeichnet hat wird ersetzt durch etwas anderes das absolut und total mit Atmosphäre zu tun hat mit dem Gen mit Einsicht und nicht mit Sicht und vor allem mit der Nicht-Identität während klassische Projekte immer mit Identität zu tun haben oft wird ein Projekt auch ein Landschaftsarchitekturprojekt von einem Hauptbegriff aus erklärt und hat seinen Sinn von diesem Hauptbegriff hier gibt es keinen leitenden Begriff mehr sondern es gibt eine Pluralität von Begriffen und der Gebrauch die Möglichkeit sowas zu erfahren zu erkunden von verschiedenen dass das verschiedene Rezipienten solche Werke erfassen und erfahren ist hier entscheidend mir scheint wirklich dass diese zwei Beispiele wir müssen darüber nachdenken warum sie so zentral sind für die Landschaftsarchitektur und das würde eigentlich ziemlich weit führen das heißt er hat auch etwas zu tun mit dem Subjektbegriff Gernot Böhme nennt das von Schmitz ausgehend Ekstasen es ist so als ob wir heute erneut etwas von der Welt her erwarten die Welt das was draußen vor uns liegt die Stadt oder die Natur muss uns überraschen es muss uns etwas Neues geben es muss uns überwältigen und die Promenade Planté und die Highline sind Landschaftsarchitektur wenn man das so nennen kann konkret die uns ermöglichen Atmosphären auf ganz unterschiedliche Weise zu erfahren und deswegen glaube ich dass das vielleicht die zwei Beispiele sind die ich herausgegriffen habe aber ich bin sicher dass sie selbst andere kennen danke für die Aufmerksamkeit